Hallo! Bezüglich der Weihnachtsverlosung habe ich schon ein paar Anfragen bekommen, wie man denn die Bilder ins Internet bekommt. Generell ist das nicht schwer und ich habe euch auch extra schon auf einen Bilder-Hoster hingewiesen, aber als kurze Anleitung zeige ich mal wie man das denn am besten macht. Im Formular unten beim Gewinnspiel seht ihr eine Textbox.